Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 7. Oktober Es war ein königlicher Beamter, dessen Sohn lag krank zu Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus kam und ging hin zu ihm und bat ihn, dass er hinabkäme und hülfe seinem Sohn, denn er war todkrank. Johannes 4, Vers 47 In unseren Kreisen tut man das nicht. So heißt es wohl bisher im Hause dieses königlichen Beamten, wenn die Rede darauf kam, dass der oder jener Jesus nachgelaufen sei. Und wenn auch der König Herodes nicht mehr viel zu sagen hatte, weil die Römer ja das Land beherrschten, so trugen doch er und seine Beamten jetzt gerade die Nase umso höher. Nein, in diesen Kreisen war es nicht üblich, sich mit Jesus einzulassen. Wenn der Pöbel das tun wollte, bitte. Aber so hieß es, wir haben für diese Art Wanderprediger nichts übrig. Wie ist doch die Welt bis heute voll von solchen königlichen Beamten. Sie haben nichts gegen Jesus, aber er kommt auch nicht bis an den Horizont ihres Lebens und Denkens. Bis die Not einkehrt Der Sohn und Erbe wird todkrank. Nun sieht auf einmal alles anders aus. Jetzt helfen Hochmut und Selbstherrlichkeit nichts mehr. Man möchte beten, aber wo ist denn Gott? Ist es vielleicht doch wahr, dass Gott in Jesus gekommen ist? Dann muss man Jesus anrufen. Der königliche Beamte hatte bisher eine Weltanschauung, die nur für Schönwetter passte. Als die Stürme kamen, zerbrach sie. Wer aber Jesus als seinen Erlöser kennt, hat einen Heiland, der festhält, auch wenn uns das Leben zerbricht. Wir sollten uns gut überlegen, ob unser Glauben und Denken nicht doch nur für Schönwetter sind. Wenn es so steht, dann heißt es umkehren und Buße tun. Herr Jesus, du bist ein Fels in allen Stürmen. Wir danken dir. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Jesus Christus, segne dich. 證ende Herz Amen. Untertitelung des ZDF, 2020